Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Final Fantasy X HD Remaster. In der letzten Folge sind wir auf Kilika Island fertig geworden und kümmern uns jetzt mal hier ein bisschen um, so ein bisschen hier auf dem Schiff rum. Wir sind jetzt auf der Reise Richtung Luca. Aber was ist bitte schon so schlimm daran, wenn, ähm... Wenn wir zur Leitgarde werden. Hey, hallo. Warum glaubst du, dass sie ihn ein Gardein machen wollen? Weil er ist Sir Jacks Sohn. Oh, richtig. Warte, bist du sicher? Er ist wirklich Sir Jacks Sohn. Es ist schwer zu sagen, aber Yuna scheint so zu glauben. Okay. Okay? Okay. Das ist alles, was du sagst? Well, yeah, I mean, he's got to decide for himself, yeah? Well, him and Yuna, I guess. You're right, for once. I wonder which is best. So recht verstehe ich noch nicht so wirklich, wo das Problem dahinter ist, wenn wir zur Leitgarde von Yuna werden. Aber ich glaube, das wird noch aufgeklärt. So, hier gibt es jetzt ein kleines Event. Ich bin gespannt, ob ich das schaffe. Ich meine, früher habe ich das sonst noch geschafft, aber heute bin ich mir nicht so wirklich sicher. Ah, erinnerungen. Ah, kleinen Tito ist mit dem Hintergrund mit Jack. Da ist schon wieder dieser kleine Junge. Was hat er mit dem Jungen auf sich? Well, well, trying to follow in my footsteps, are you? I usually charge for lessons, you know. That shot is done like this. Wow. You can't do it, kid. But don't worry, my boy. You're not the only one. No one else can do it. I'm the best. Ja, das wollen wir mal sehen. So, jetzt geht es ab. Ob und zwar... Na? Jack Special. Sobald Tito's vom Jack Special ansetzt, wird er von Kindheitserinnerungen geplagt. Bis Tito's vom Schuss ansetzt, sollten so viele Erinnerungen wie möglich verscheucht werden, damit der Jack Special gelingt. Okay, das geht jetzt so. So. Okay. Jetzt wird es lustig. Probieren. Okay, und zwar, wenn wir gleich anfangen, komm, wir werden noch... Oh, und wir müssen wegklicken. Oh, und zwar. Oh, und zwar. Ähm. Ja. Oh, 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 oh. Oh, nein. das ist ja zum ersten mal passiert dass ich das nicht geschafft habe scheiß vorführeffekt naja ihr hat es anscheinend gefallen gehen wir doch mal mit juna reden ganz und gar nicht überheblich haupte name huh you know what there is no mark one or mark two you know my old man said the name mark three was just something to hook the crowd he said they'd come back every night expecting to see mark one and mark two and they really did come back I used to get so mad is he alive you think I don't know but subject was my father's guardian so he's famous here too yes so if anything happened to him I should think word would get around fast that's right that sounds logical what would you do if you found him who knows I thought he died 10 years ago well I probably just smack him one after everything he put mom and me through and because he was famous I was always well you should know yuna hmm your father's famous too everyone in spirit knows him right hmm ain't it tough it is hard to follow in his footsteps as a summoner sure but the honor of having a father like him surpasses all that I think well there wasn't much to honor about my old man that's for sure you shouldn't say that about your father I got the right hmm I guess you do I didn't think my old man would come to Luca he never did like watching other people play but I couldn't help feeling something bad was gonna happen and these feelings of mine are usually right sure I had told walk I'd help him win the tournament but I I wasn't sure I had it in me to play it all anymore okay schon mal wieder ein bisschen Hintergrundgeschichte und wir sind jetzt eingekommen in ups oh da hab ich einen Screenshot gemacht aus Versehen who ever in so in Ladies and gentlemen, the day we've all been waiting for. The opening tournament of the season. This event is sponsored by Yemen. And this year we celebrate Pastor Micah's 50th year in Austin. Ah, over there. The ships carrying the fires are arriving now. This would be dock number two. All the way from Killica, it's the Killica Beasts! High Summoner Oh Holland used to play for them. A big name to live up to. Their hometown was recently attacked by Sin. Isn't that right, Jim? Yes, Baba. They're going to be pulling out all the stops to try and bring back the cup this year. Exciting, isn't it, folks? Our next team off the ramp is Well, well, well. If it isn't the Basade Aurochs. They're a living, breathing, statistical impossibility. I've never seen a team this bad. Lupa, what for a Motivationsrede. They've never made it past the first round. What for a Motivationsrede. Best of luck to them and a safe journey back to Basel. Right, Jim? Moving right along, our next team is... Here they are, folks. Here they are, folks. Our very own Luka goers. They've got power, they've got speed, they've got teamwork. They're an all-round first-class team, and they're back home in Luka. Without a doubt, they are the favorite this year, Baba. And after the way they dominated last year, it would take a miracle for them to lose today. What's wrong, Gila? You can say that again, Jim, look at the crowd, folks. Look at the crowd. What's wrong, Gila? What's wrong, Gila? It's turned out to cheer the goers on. They know, I know, and you know, folks. The Luka goers are number one. What's wrong, Gila? It's like this every year, yeah? Don't let it bother you. Ignorieren? Well, you can say that here is bad. Ha, 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 ha. What in heaven's name were you doing out there? We sure stood out though. We were on the sphere. We were. Maester Micah is here. Already? The number three, Don. What's up now? Maester Micah has arrived. That's what? Micah? Maester? Maester Micah is the leader of all the peoples of Spira. He's come all the way from Bavel. The tournament is being held to honor his 50 years as Maester. 50 years? Shouldn't he be, uh, retired by now? Hey, mind your mouth now. Oh, oh. Let's all go see him. Okay, then we'll greet Micah. But before there is of course here, there's a lot to search again. Ehm. Okay, here was then Don. Don. Let's look at Luca. Oh. Here is the ship from Micah. let's go. Hmm. Hmm. Can't see a thing. What's that ship? Shhh Wer ist das? Ist das dieser Michael? Ist das Maester Seymour? Ich glaube das sollte es auch anfangs wirken und das ist also Erz Prima Smaika. Ich glaube es ist das Maester Seymour. Ich bin Seymour Guado. Ich bin froh, dass ich den Titel von Maester bekommen habe. In der Leben mein Vater Giskel gearbeitet hat um eine Freundschaft zwischen Mann und Guado. Ich bin froh, dass er seine Lege ist und meine Begrüße als Maester für das beste von meinen Fähigkeiten ist. Hm. Okay. Irgendwas stimmt mit Juna nicht. Biss hier schwechern? Jo, machen wir mal. Also haben wir jetzt schon mal die Oberhaupt der Jävenskimm gelernt. Wow, was für eine Motivation. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Gegen wen? Was? Ein Spiel? Okay. Das Blitzball-Lernprogramm werde ich jetzt nicht alles durchgehen. Das ist verdammt viel. Allein auch schon, weil wir nur hier einmal wirklich Blitzball spielen werden. Und danach werde ich das nie wieder anrühren, weil ich das einfach wie die Past hesse, wie die Pest hasse. Das macht mir einfach überhaupt keinen Spaß. Ich finde einfach nur... verdammt blöde. Ja. Ich glaube, ihm ist auch schon anweilig. There you are. Someone said they saw Sir Orin in a cafe. Orin? Uh, Orin? Yes, Sir Orin. Let's go find him. Hey, 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 hey! The game starts, like, real soon. Come back quick, yeah? Hey, I'll be back. Yeah, okay. Hey, Waka. You're stiff, man. No, no, not your face. Just breathe out, relax. Okay. Oh, my God. Maybe now we can find Sir Jecht. Huh? How? Sir Orin was also my father's guardian. What? Oh? So, he might know where Sir Jecht is. Let's go now. It didn't even occur to me to think that the Orin, Yuna was talking about. And the one that I knew from Zanarkin could be two different people. I don't know why, but I knew it was the same guy. I knew it was the same Orin. Yeah, it sounds like... Oh. Oh. Hey! Albed Sykes, right? Some Albed Sykes saved me the other day, and this girl, Riku, gave me food, and... Tell her... Uh... You don't understand me, do you? Uh... Uh... Anyway... If you meet Riku, tell her thanks for me. Oh. And as for the first game, may the best team win. Ich glaube, das bringt nichts mit denen zu reden. Okay, schauen wir jetzt mal im Lukas Stadion um. Was kann man hier machen? Okay, die Seiten sind von dazu ja zurückgehen sollen und so weiter. So, so, so. Ja, ist auch sehr müde. Ja, diese Folge war dann ein bisschen mehr... Oh, kommt da was? Ja, da sind Yuna und Kimahui. Ich bin sorry, bitte lass mich durch. Hey, lass uns gehen. Ich glaube, wir werden beobachten. Na gut. Ich will die Folge beenden. Ich will meine Folge pünkt nicht machen. Ist das so viel? Ich will meine Folge pünkt nicht machen. Ist das so viel? Dann muss ich schon um ein bisschen schaden, dann kannst du die Bühne durch. Nein, nicht so. Dann musst du nicht schaden. Dann. Dann. Super, das hast du nicht gelernt. Jetzt bin ich gelernt. Mach uns einfach, wenn wir das verlieren. Super Plan! Kann nicht schief gehen. Ja, diese Folge war ein bisschen mehr Story. Keinen Campion oder so. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.